Hier ist Eule. Das gesuchte Fahrzeug fällt unverändert weiter. Ich kann Sie nicht mehr sehen. Überprüfen Sie alle Möglichkeiten und holen Sie sie schnell ein. Machen Sie einen großen Bogen und suchen Sie befahrbare Bereiche ab. Befinden sich nicht schon genug gefangene Monster im Hauptquartier? Warum so draufgängerisch? Das ist etwas Besonderes. Er ist weder Monster noch Mensch. Wir brauchen Sie, um Medizin herzustellen. Waren wir erfolgreich? Das weiß ich nicht. Die Sonderinfizierten im Hauptquartier sind jetzt nutzlos. Wahrscheinlich wird man sie alle umbringen. Deshalb müssen wir diese Typen unbedingt schnappen.